NEIN! HOTSCHAUT! JAWELL! NEIN! Moin, Leute! Willkommen zurück zu Happy Wheels und wir beginnen direkt mit Palutenleicht 2 von Holzpanzer. Viel Spaß, Paluten, bei diesem Level. Es ist sehr leicht. Tipp am Rande, du solltest langsam fahren, sonst bricht dein Butterkopf ab. Liebe Grüße, Holzpanzer! Okay, ist denn hier Holzpanzer? Dann cruisen wir doch hier einfach mal ein bisschen durch. Hier, meinst du das hier langsam? Oh Gott! Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Warte. Das Ding schwingt nach oben. Ne, Moment. Ich muss wegschwingen und dann fahren wir. Yes! Da haben wir uns aber ein bisschen Zeit gelassen. 18 Sekunden. Und dann switchen wir mal auf eine frische Säule. Paluten, guck, wo du Rocks? Hallo Paluten, kurz und knackig, viel Spaß. Okidoki, Rocks. Ok, das war K-U-K und nicht Paluten. Guck. Ähm. Achso, ich muss mich hier einmal, ich muss mich drehen. Der funktioniert aber nicht ganz. Hä? Hä? Ok. Wir haben einfach unser Kind geworfen. Ich glaube, das war nicht richtig. Jetzt? Ah, direkt muss man das am Anfang... Aber dann haben wir ja unser eines Kind schon verloren. Oh! Und das zweite... Das sieht auch nicht mehr so frisch aus. Vorsicht! Oh, das könnte sein. Jawoll! Und da haben wir auch schon den Victory. Heute läuft vielleicht... Paluten. Justin Bieber-Kill von Zico-Craft Hyperloat. Und hier ist ein neues Level für dich. Du musst die Pfeilpistole nehmen und Justin Bieber killen. Viel Spaß. Ok. Hä? Ja, wie... Achso! Jetzt muss ich das werfen? Wie benutze ich das denn? Hä? Ne. Warte mal. Nochmal. Jetzt nach hinten lehnen. Nach hinten lehnen! Oh, warte. Er hatte sie eben schon. Jawoll! Komm jetzt hier! Bam! Nette Idee! Gefällt mir! Paluten ist der Beste von Gerot. Hoi! Äh, moin Paluten! Hier mein mittlerweile sechstes Level für dich. Könnte relativ schwer werden. Oh-oh! Aber eigentlich für dich ja kein Problem. Viel Spaß und lass mal zusammen bei McFitt noch ohne Pumpen gehen. Schön ein bisschen dies-das-pumpen bei McFitt. Echt... Nein! Ich muss echt mal wieder irgendwas machen. Ich hab so lange nichts mehr gemacht. Aber, äh... Huh! Aber, 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 aber... Wir müssen uns jetzt erstmal mal Happy Wheels kümmern. Slow. 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 Huh! Okay, okay. Nein! Stopp! Nein! Mein Eines Rad ist kaputt! Warte, warte, vielleicht ein bisschen... Jetzt, 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 jetzt! Und direkt den auch noch nehmen. Nein! Okay. Kein Problem. Hier die Drehung. Es sieht nicht gut aus, aber wenigstens leben wir noch. Das ist wirklich... Nein, und wir sind tot. Verdammt, das hätte ein First Try werden können. Verdammt. Ja, nein. Vielleicht mal irgendwie. No, Goddammit. Drehung. So, jetzt aber. Elegant. Oh, what? Was war das denn? Woher kam denn das zweite Ding? So, jetzt komm, bitte. Apune? Wo ist die nächste Apune? Oh, nein. Ey, beim ersten Mal haben wir das so gut hinbekommen. Und jetzt werden wir die ganze Zeit... Oh, von den Apunen getroffen. So, warte, jetzt aber. Komm schon. Den, den, den. Den, den. Den, den, den. Den, den, den. Oh, yes. So, warte mal. Okay, okay, okay. So, und das Ding fährt nach oben. Perfekt. Das Ding fährt nach... Oben. Mucho bueno. Gott, ey, wird das ja mal schneller? Oh, nein! Jetzt, egal, 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 egal. Jawohl. Stopp. Warte, warte, warte. Nein, nein. Jetzt, nein. Stopp, stopp. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Nein! Ach, komm. Last try it's here. Aber schönes Level, gefällt mir. Wow. Weil, das ist, es ist schwer, aber es ist machbar. Also, da schon mal ein ganz, ganz dickes, ein dick, ein ganz dickes Lob an dich. Für, uh, dieses Level. Jawohl. Yes. Und ruhig. Oh. Bitte. Yes. Und das kann, äh, das war kein Fake-Victory oder so. Bam. Geiles Level. Wirklich richtig, richtig gut. So. Paluten Impossible von Kevin Gamer. Achtung, Paluten. Dieses Level könnte dich durchdrehen lassen, weil es so schwer ist. Glaube. Trotzdem, dass du es schaffst. Liebe Grüße, Kevin. Das sieht aber genauso aus, wie das andere Level, was wir hier gerade gespielt haben. No. Nein. Wir fahren einfach nur. Okay. Einfach nur fahren. Das, das bringt nichts. Jawohl. Nein. Komm. Zieht euch. Jetzt. Nein, der zweite ist immer das Problem. Der erste, den kriegen wir irgendwie immer hin. Nein. Hot shot. Jawohl. Nein. Oh Gott, dammit. Guck mal, unser Kopf. Der ist sogar schon im Ziel. Oh, dammit. Bam. In your face. Wieso nicht gleich so? Paluten Freefall Nummer 3 von Build2Play. Hallo. Viel Spaß. Kurz mal aufstoßen, weil ich eben noch ein bisschen Leitungswasser, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen hier, ne? Die leckere, wo die Leute immer denken, ich würde Bier trinken. Aber es ist, es ist Wasser. Es ist ganz normales Wasser still, beziehungsweise mit wenig Kohlen. So. Panuten Freefall Nummer 3 von Build2Play. Los geht's jetzt hier. Hä? Hä? Was? Oh, warte. Dieses Level verstört mich auf viele Ebenen. Vor allen Dingen verstört mich die Bewertung. Was ist denn? Jetzt. Nein. Bitte. Komm, lebe. Jetzt flieg einfach nur hier runter. Jawohl. Nein, dein Kopf. Bitte. Nein. Halt dich irgendwie einfach nur runter. Einfach nur runter. Ey, das können wir doch knicken. Ne, steck da fest. Jetzt. Runter mit dir, Bro. Runter mit dir. Komm. Na, endlich. Alter. Obwohl das Level so eine gute Bewertung hat, fand ich es jetzt nicht so krass. Paluten Bottle Run von Ich Bin Geil. Okay, los geht's. Kleiner Bottle Run. Okay. Kleiner Bottle Run ist relativ. So. Eli. Ja, machen wir es einfach so. Oh. Dammit. Weil hier kommen wir wesentlich besser, wenn wir die Links-Rechts-Taktik benutzen. Oh. Ey, komm schon, ey. Nein. Yes. Oh, Eureka. Was splasht uns denn da immer? Warte. Oh, kurze Drehung. Jawohl. Jetzt haben wir es endlich mal überlebt hier. Jetzt musst du nur noch mal da rüber. Warte. Nein. Hey, hey, hey. Hallo? Was ist ein Arm? Hat Timmy einen Arm verloren? Wie hat er das denn gemacht? Und dieser Sound nervt. Ich muss hier schnell weg. Er sagt, warte. Wir brauchen es euch denn warten. Das Ding wird mich töten. Oh, warte, 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 warte. Ach, das Ding ist jetzt aus. Strike. Exit to menu. Polluten schnell. Von Big Pommes. Okay. Runter. Du bist der Beste. Danke, Danke, Big Pommes. Aber ob wir gut oder schlecht sind, das werden wir jetzt einfach mal hier entscheiden. Ach, am Anfang links. Und da ist der Victory. So, weiter geht's. Jetzt sag ich knaggig mit Polluten Ball Throw von Demon 20.000. Ey, Polluten. Viel Spaß mit diesem Level. Mit freundlich grüßen Captain LP. Okay. Okay. Bowning Balls. Okay, da dürfen wir nicht gegenwerfen. Da ist verboten. Oh. Kein Problem. So, Polluten Possible von Black Ghost German. Hey, Polluten, wie geht es dir von den vorherigen Leveln? Ah, geht so. Ich glaube, du bist von denen angepisst und hier ein einfaches Level, wo du am Ende noch ein, äh, wo du noch schön massakriert wirst. Viel Spaß. Wünsche dir Black Ghost German. Okay. Das war jetzt ja nicht so spektakulär. So, Polluten Tarzan von Matthias LPHD. Hey, hier eine Art Ropeswing, in der du Tarzan bist. Es ist kurz und knaggig eigentlich sehr einfach. Viel Spaß. Und uh, 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 PS. Wenn du, was ich nicht glaube, es nicht schaffst, mach am Anfang einfach gar nichts. Okay. Ja, dann fällt man wahrscheinlich auch noch in den Victory. Unten ist da so ein, so ein Secret-Ding. Nein. Okay, 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 okay. Zack. So. Da verlieren wir immer Schwung. So, komm schon. Oh, da werden unsere Ärmchen ein bisschen länger. Nein! Und die sollen uns doch nicht abreißen! So. Er verliert einfach zu viel Schwung. Warte mal, kann ich nicht irgendwie... Oh, okay, das ist falsch. So. Verdammt, was machen wir falsch? Wir kriegen... Wir haben einfach immer einen schlechten Winkel. Oh, der ist aber besser. Nein! Du bist so ein Hund! Du, jetzt... Komm schon, bitte, 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 nein! Komm, 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 komm. Das kann man doch knicken. Wieso? Wieso reißen die immer die Arme ab? Das kann doch nicht wahr sein. Komm jetzt hier. Vor allen Dingen immer dann, wenn wir genügend Schwung haben. Weißt du, wenn wir zu wenig Schwung haben, dann passiert hier nichts. Oh. Warte. Oh, das ist vielleicht die richtige Taktik. Warte. Ich... Ich hab das Ganze immer... Nein! Genau, wir müssen einfach so immer ganz viel Schwung holen. Ne. Das war aber auch falsch. Ich möchte dieses Level gerne schaffen. No, goddammit! Nein! Vielleicht einfach mal nichts drücken. Und einfach immer nur... Nein! Das war doch so knapp. Leute, wir schaffen das noch. Das war ja richtig einfach, wenn ich mal den Bogen bei dem Level raus hatte. Ach, komm. Palloon Rage von Joanie Raw LP. Hey, Palloon, das ist mein erstes Level. Und das ist sehr schwer. Ich hoffe, die Rage nicht so arg. PS. Join Raw LP. Trololololololol. Okay. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Leute, bitte solche Level nicht mehr erstellen. Okay? Also, bitte, bitte, bitte in Zukunft das nicht mehr. Weil das ist... Ne? Da geben sich manche Leute so viel Mühe bei den Leveln. Und dann kommen Leute, die die Splashen da mit sowas rein. So, Paluten, Pogo und mehr von Ken. 5, 0, 0, 0, 5. Hey, Paluten, hier ein Pogo und mehr Level. Vielleicht mach ich daraus eine Staffel mit mehr Leveln, wenn du weißt, was ich mein. Tipp. Bei den Minitreppen verwende besser die Schneckentaktik. Viel Glück und ein lautes... Okay. Das ist mal wieder 0815 Pogo Level. Und da predige ich ja auch schon wirklich seit Wochen. Leute, bitte solche Pogo Level nicht mehr. Und das sage ich ja wirklich schon extremst lange. Minen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Bitte flieg ins Ziel. Hier hinten muss vielleicht noch ein Ziel sein. Nein. Oh. Das ist jetzt auch schon direkt der Last Trial, Leute. Weil das müssen wir ja nun nicht haben hier. Das ist wirklich 0815. Ich muss sagen, heute waren trotzdem ein paar richtig geile Level dabei. Vor allem das eine, was wir nicht mal wirklich hinbekommen haben. So, zack. Wir müssen... Nein! Oh, stopp. Stopp, 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 stopp. Schön zurück. Und jetzt der Absprung. Oh Gott, war das knapp. Alter Falter. So, jetzt hier. Jawohl. Gib mir den Victory. Oh, warte. Schlagentechnik. Schlagentechnik. Und Sprung. Jawohl. Wo ist das freaking Ziel? Jawohl. Oh, aber darauf kannst du lange warten. Oh, aber darauf kannst du lange warten. Jawohl. Bäm. So, jetzt nochmal schön zum Abschluss. Ein klein victory gesnip. Beziehungsweise, ich gucke mal nicht, dass wir hier unter 10 Minuten oder so sind. Ohno secundo. Boah, 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 boah. Nee, das passt. Wir sind nicht unter den 10 Minuten geblieben. Und ich baue jetzt aber, ich baue eine Pause. Ah, da war aber auch teilweise wieder ein bisschen, ein bisschen Action-Schmackchen dabei. Und wenn euch das heute gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wie immer, haut rein. Morgen geht es weiter mit Happy Wheels. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.